Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz brandaktuellen Video, was einfach den Gegebenheiten jetzt angepasst wird. Denn ja, draußen ist es so trocken und wir haben natürlich hier auch schon Wasser draußen aufgestellt. Allerdings ist da immer das Problem, wenn man halt viele Vögel was aufstellt, dass ewig da irgendwelche Insekten ertrinken. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich will ihm ja helfen und nicht sie umbringen. Vielleicht auch um die Gesamtbilanz für den Muffel ein bisschen besser zu gestalten in seinem Leben. Also er hat schon so viele Fliegen umgebracht. Ich möchte da sein Karma vielleicht ein bisschen verbessern. Und deswegen habe ich mir gedacht, baue ich heute eine kleine Tränke für Insekten, wo denen halt auch nicht so viel passieren kann. Ich habe das bei Facebook gesehen. Also ich möchte mich wirklich nicht mit fremden Federn wieder schmücken. Ich habe es selbst nur gesehen, habe das aber für mich jetzt wieder, ja, wie ich es mache. Weil die hatten so Verschlüsse von Flaschen benutzt. Wollte ich jetzt nicht, weil ich tatsächlich keine Verschlüsse von Flaschen habe. Ehrlich gesagt. Ja, dann habe ich rum überlegt, was könnte ich denn nehmen. Und ich habe ja immer diese Hülsen von den Teelichtern. Und dann habe ich mir gedacht, das ist nicht scharf. Aber vielleicht wäre es ein bisschen zu scharf für so einen kleinen, ja, was weiß ich, Wespenfuß. Und deswegen knicke ich einfach die Ränder hier nochmal um. Dann ist es auch nicht so tief. Also um jetzt auch die Nichtschwimmer unter den Insekten vor einem, ja, qualvollen, schrecklichen Tod zu bewahren. Also knicke ich einmal das alles um. Ich habe auch schon natürlich nochmal an dem Wachs da, also dass wirklich auch keine Wachsreste mehr sind, habe das auch mit heißem Wasser gerade nochmal ausgebrüht, damit ich da auch nochmal alles vom Wachs wegbekomme. Und so ist es zwar, ja, ein bisschen krümpelig, aber es soll jetzt auch nicht so viel Wasser, wie gesagt. Die meisten Insekten sind sicherlich eher Nichtschwimmer. Ich wollte jetzt auch nicht als Barermeister dabei stehen. Und das mache ich halt mit allen. Und ich mache fünf. Zwischenzeitlich habe ich hier auch schon meine Heißklebepistole an, damit das schon mal weich wird, der Wachs. Ich könnte es natürlich wahrscheinlich auch einfach draußen auf dem Balkon legen. Wäre wahrscheinlich genauso ergiebig. Also das ist ja so dünnes Aluminium, das ist wirklich gar kein Problem. Das hier ein bisschen umzuknicken. Und so hoffe ich jetzt auch, dass die Anflugposition für die Insekten sich ein bisschen komfortabler gestaltet. Ja, von Weihnachten habe ich tatsächlich auf dem Balkon auch immer noch so eine Äste gehabt. Und dann stelle ich mir vor, dass ich das jetzt gleich so in den Blumenkasten tun werde. Und jetzt werde ich auf mehreren Ebenen hier, ich hoffe man kann es sehen, und hoffentlich werde ich mich jetzt auch nicht hier wieder an dem Heißkleber verbrennen, klebe ich die jetzt an. Gut andrücken und das mache ich dann mit allen. Und es soll natürlich auch ein bisschen mehr Heißkleber einfach sein, damit es dann auch wirklich hält, weil es kommt ja natürlich nur ganz, ah, ich habe natürlich jetzt heiße gefasst, es kommt natürlich nur ganz minimal Wasser da rein, aber naja, ein paar Gramm sind es dann ja doch. So, zum anderen das Problem, dass dieser Wachs immer so schnell hart wird. Das Problem ist zurzeit jetzt nicht so gegeben. Also, ich glaube, ach, da oben könnte ich auch noch einen. Also jetzt kann man es hoffentlich so sehen, weil es jetzt natürlich ein bisschen zu lang ist hier. Ähm, also wenn es so aufsteht. Sollten die natürlich ziemlich waagerecht sein. Und das lasse ich jetzt natürlich erstmal ein bisschen antrocknen, hart werden. Und dann wird das gleich in den Blumenkasten positioniert und mit Wasser gefüllt. Und dann kann der Trink- und Badespaß auch für Insekten, wir wollen ja hier niemanden, ja, leiden lassen. Und wenn es eine kleine Hilfe denen ist, dann bin ich, äh, schon glücklich und zufrieden. Ja, und es ist so schnell gemacht und kostet jetzt wirklich überhaupt nichts. Ich meine, das wäre sonst sowieso Müll gewesen. Den Ast, ja gut, hat bestimmt jeder irgendwie noch so einen abgebrochenen Ast, äh, vom Frühjahr noch liegen oder noch von Weihnachten. Man kann ja auch einen frischen Ast nehmen, also. Ja, und dann wird hier einfach nur ein bisschen Wasser reingefüllt und dann ist die Bar fertig. Ich zeige euch gleich das Ergebnis. Also ich habe das jetzt in den Blumenkasten drapiert und jetzt kommt einfach nur ein bisschen Wasser rein in jede Etage. Und hoffe jetzt, dass man so den leidgeprüften Tieren was Gutes tut und, ja, dass sie halt nicht immer in der Vogeltränke ersaufen. Mir geht's morgen mit einem ganz normalen Kochvideo weiter, also ohne Insekten auch. Und, äh, das war jetzt nur mal kurz eingeschoben. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, schnell noch den Insekten ein bisschen zu helfen bei der Hitze. Bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017